Der Deutsche Bürokratiewahn. Bald gibt's eine App dafür. Sie nennt sich Bureau Crazy und wird von sechs syrischen Flüchtlingen entwickelt. Guide und Oma kommen im April 2015 von Damaskus nach Deutschland. Sie ahnen nicht, dass ihnen nach der Flucht eine weitere Hürde bevorsteht, die Deutsche Bürokratie. Nach ihren Erfahrungen entschließen sie sich, Bureau Crazy zu entwerfen. Die App soll Flüchtlingen und anderen Migranten bei Formalitäten zur Seite stehen, von der Bankkontoeröffnung zur Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Wir haben überlegt, was wir für Probleme hatten und wie man diese Probleme mit Technologie lösen könnte. Und zwei Sachen kamen dabei immer wieder. Die Sprache und die Bürokratie, weil wir einfach nicht verstanden haben, wie das System hier funktioniert. Die Entwickler wollen mit der App auch demonstrieren, dass Flüchtlinge einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten können. Aktuell suchen sie nach Finanzierungen, um die App möglichst schnell auf den Markt zu bringen.